Wie kann denn trotzdem diese Transformation gelingen? Man muss eigentlich das Gesamtsystem umstellen. Das muss man makroökonomisch von oben steuern. Weil echter Klimaschutz bedeutet eben, dass die Wirtschaft schrumpft, weil die Ökoenergie nicht reicht. Herzlich willkommen bei Pick Your Battles, dem Streitformat der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Jan Philipp Albrecht. Ich bin einer der beiden Vorstände der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich führe heute das Gespräch mit Ulrike Herrmann. Sie ist Wirtschaftskorrespondentin der Tageszeitung, Taz, Kommentatorin und Buchautorin. Ihr neuer Bestseller heißt Das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Dazu werden wir diskutieren und haben Stichworte gesammelt. Sie haben Stichworte mitgebracht. Sechs werden wir ziehen und jeweils sechs Minuten dann gemeinsam diskutieren und vor allen Dingen darüber reden, was in diesem Zusammenhang vielleicht auch an grüner Politik kritisch zu betrachten ist. Denn hier geht es auch darum, dass einfach mal offen ausgesprochen werden kann, was so vielleicht für kritische Gedanken kommen. Das Thema Kapitalismus, Ulrike Herrmann, das hat Sie schon immer interessiert. Wie ist das eigentlich gekommen? Ich bin politisiert worden durch das Erste Waldsterben, also so 1982. Damals war ich 18 Jahre. Und das hat mich schockiert, dass ein so großes Ökosystem, auch so ein wichtiges Ökosystem, tödlich getroffen war. Also der Umweltschutz hat mich politisiert. Und mir war aber damals schon klar, dass natürlich die zentrale Frage ist, ob Ökologie und Ökonomie überhaupt vereinbar sind. Und dass man die Wirtschaft verstehen muss, wenn man auch kapieren will, wo eigentlich die Umweltschäden herkommen. So, und das Thema hat mich überhaupt nie wieder losgelassen. Und wir schauen mal, wie Sie in dem Thema vielleicht auch mit Punkten umgehen, die Sie kritisch bei den Grünen sehen. Das ist das, was mich besonders interessiert. Und wir steigen direkt ein und ziehen mal aus der Bowl hier das erste Stichwort. Und das heißt Klimageld. Ein Stichwort, das Sie uns mitgebracht haben. Und ich mache hier die Uhr an. Was sehen Sie denn beim Thema Klimageld vielleicht auch mit Blick auf grüne Politik kritisch? Oder wo würden Sie da derzeit die Notwendigkeiten sehen? Naja, also erstmal muss man ja vielleicht erklären, was das Klimageld überhaupt ist. Also die Idee ist ja, dass man Emissionen von CO2 mit einem Preis belegt, also der sogenannte CO2-Preis. Und dann kommt ja Geld beim Staat an. Und das soll nicht beim Staat bleiben, sondern man will es pro Kopf an die Bevölkerung wieder ausschütten. Und das hätte den sehr guten Effekt, dass ausgerechnet die Unterschichten dann mehr Geld zurückbekommen würden, als sie überhaupt als CO2-Preis gezahlt haben. Ganz einfach, weil die unteren Schichten ja wenig Geld haben, wenig Energie verbrauchen und dann mehr zurückbekommen. Das wird in anderen Ländern auch schon gemacht, also in Schweden und in der Schweiz. Ist aber in Deutschland bisher nicht eingeführt, weil die CO2-Preiseinnahmen, die man jetzt hat, gebraucht werden, um in Klimaschutz zu investieren, weil ja die Schuldenbremse so stark zuschlägt. Für die Grünen wäre das extrem wichtig, dass es ein Klimageld gibt, weil es bisher so war, und das ist einer der ganz großen Fehler der Grünen gewesen, dass die Klimapolitik sozial ungerecht war. Also das Leuchtturmprojekt der Grünen war ja immer das Erneuerbare-Energien-Gesetz, sogenanntes EEG, beschlossen von Rot-Grün ab 1998. Und da war es ja so, dass man die Solarpaneele, die die Leute sich aufs Dach gesetzt haben, hat man finanziert oder subventioniert durch einen Stromaufschlag. Und das hatte dann den Effekt, dass reiche Villenbesitzer sich ein Solarpanel aufs Dach gesetzt haben. Und die Zuschüsse, die Subventionen, waren immer so berechnet, dass es dafür auch eine Rendite gab. Und gezahlt haben aber alle. Und natürlich haben vor allen Dingen die Unterschichten gezahlt, die kein Einfamilienhaus haben. Die hatten nur die Kosten, aber nicht den Nutzen. D.h. die Armen haben die Reichen subventioniert beim EEG. Dazu gibt es auch Studien. Und die Verteilungswirkung war erheblich. Und das Ergebnis ist, dass jetzt die Unterschichten denken, Klimaschutz, das ist ein Subventionsprogramm für Reiche. Und diesen Fehler macht man jetzt wieder. Jetzt gibt es völlig irre, enorme Subventionen für Leute, die als Dienstwagen ein E-Auto kaufen. Das sind auch sehr teure E-Autos. Das sind dann riesige Brummer. Und das ist natürlich wieder so nicht. Alle zahlen die Steuern, vor allem die Unterschichten. Aber diese Dienstwagen, das werden natürlich die Reichen fahren. Und diese soziale Unwucht, die bisher immer in der Klimapolitik geherrscht hat, die ist natürlich brandgefährlich. Weil dann die Unterschichten sagen, ja, Klimapolitik, das ist für die Reichen. Es ist ja gleichzeitig aber auch so, dass die ärmeren Menschen natürlich umso mehr getroffen sind vom Klimawandel und von den Folgen des Klimawandels. Das erleben wir aktuell auch. Und die Frage ist ja, am Ende müssen wir ja trotzdem den Ausbau der erneuerbaren Energien voranbringen und müssen dafür auch privates Kapital investieren können. Und so weiter. Das muss ja vorangehen. Also ich sehe die Zwänge der Grünen Partei. Aber das Ergebnis ist total zynisch. Weil es nämlich so ist, dass die Reichen sind auch diejenigen, die den Klimawandel überhaupt erzeugen. Also dazu nur eine Zahl aus Deutschland, das oberste eine Prozent. Man könnte also sagen, die Millionäre emittieren pro Jahr und Kopf 118 Tonnen CO2. Und die unteren Schichten, also die unteren 50 Prozent in Deutschland, die emittieren 5,8 Tonnen CO2 pro Jahr und Kopf. Das heißt, die Reichen emittieren 20 Mal so viel CO2 pro Kopf wie die ärmeren, 150 Prozent. Und das läuft so, ja. Erst emittieren die Reichen ganz viel CO2 und dann werden sie dafür subventioniert, dass sie irgendwie eine Solaranlage aufs Dach setzen. So, und das ist maximal ungerecht. Und die meisten ärmeren Leute, glaube ich, durchblicken das gar nicht im Detail. Aber sie haben das ganz sichere Gefühl, und das täuscht sie eben nicht, dass das eine gewaltige Unwucht hat. Nun ist das ja keine Idee der Grünen, sondern die Grünen wollen ja zum Beispiel Dienstwagensubventionen abschaffen. Sie wollen ja auch das Klimageld umsetzen, fordern jetzt vom Finanzminister, dass dafür der Mechanismus erst mal geschaffen wird, damit man das dann zunehmend mit Geld auch füllen kann. Sie setzen sich nicht durch, ganz offensichtlich, mit diesen Forderungen in dieser schwierigen Koalition der Amteregierung. Was müssten die Grünen denn anders machen, damit das gelingt, dass man sich da durchsetzt? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich würde immer zugeben, dass die Grünen in einer schwierigen Position sind. Und dass eben das Dilemma ist, machen wir Klimaschutz, so weiter geht. Und dann ist er eben sozial ungerecht, weil das nicht anders geht mit der Schuldenbremse, die totaler Wahnsinn ist. Und mit unseren Koalitionspartnern, die zum Teil ja auch auf völlig anderen Planeten unterwegs sind. Ja, da bin ich auch ratlos. Ich sehe nur den Preis. Der Preis wird sein, dass das alles bei der AfD einzahlt. Sie haben ja als Autorin eben ja auch viel dazu schon geschrieben und veröffentlicht und erleben ja möglicherweise auch die Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger. Und gleichzeitig sehen Sie doch auch, dass den Grünen da an der Stelle gesellschaftlich der Wind wirklich von vorne ins Gesicht weht. Das heißt, wenn die Grünen da auftreten und vom Klimageld reden, dann sind selbst diejenigen, die vielleicht davon betroffen sind, und also eher z.B. niedrigere Einkommen, gar nicht begeistert davon. Woher kommt das eigentlich? Was erleben Sie da in den Gesprächen? Naja, also die, ich glaube, dass die Gesellschaft jetzt im Augenblick in so einer Trotzphase ist. Also ich glaube, ist mein Eindruck, dass wirklich jeder weiß, dass es wahnsinnig gefährlich ist. Aber wenn man wirklich Klimaschutz machen wollte, müsste man sich von dem jetzigen Gesellschafts- und Wirtschaftssystemen verabschieden. Es dürfte kein Wachstum mehr geben. Es wäre der komplette Umbau der Wirtschaft und der Gesellschaft. Und das will natürlich keiner. Dabei belassen wir es an der Frage mal, das Thema Klimageld als Auftakt. Wir schauen mal, was uns als nächstes bewegt bei den Stichworten. Ich ziehe mal ein weiteres raus. Und da sind wir auch im Grunde genommen gleich schon bei dem Thema, das Sie eben auch schon angesprochen haben, nämlich das Thema Elektroautos. Ich denke mal, das spielt wahrscheinlich in die ähnliche Debatte rein. Und vielleicht können wir ja an der Stelle auch noch mal direkt ansetzen, diese Frage, wie kann man denn positive Perspektiven schaffen? Oder wo könnten die Grünen positive Perspektiven schaffen, die sozusagen abseits des Bildes, was Sie jetzt formuliert haben, liegt? Am Beispiel vielleicht zum Beispiel Elektroautos, das Sie uns jetzt mitgebracht haben. Ja, das ist eben das Problem. Also das Elektroauto ist das Symbol für den Ansatz vom grünen Wachstum. Grünes Wachstum ist die Illusion, zu sagen, alles bleibt, wie es ist. Und dann setzen wir auf technische Lösungen, um die Klimakrise zu bewältigen. Und das E-Auto ist dafür das perfekte Symbol, weil das E-Auto heißt, alles bleibt, wie es ist. Die deutschen Straßen, die Garagen, die Parkplätze, die deutsche Autoindustrie, das Auto selbst, alles bleibt, wie es ist. Das Einzige, was sich ändert, ist eben der Motor. Bisher war es ein Verbrennermotor, der irgendwie Diesel und Benzin benutzt hat und dann nebenher jede Menge CO2 emittiert hat. Und künftig ist es eben eine Batterie und dann tankt man Strom. Aber alles bleibt sonst, wie es ist. Und so stellt man sich auch die grüne Chemie, den grünen Stahl, das grüne Heizen, das grüne Fliegen, die grüne Schifffahrt. So stellt man sich das vor. Technische Lösungen und das Problem ist aus der Welt. Und das wird nichts. Sondern wenn man sich mal überlegt, wie viel Ökoenergie ist realistisch möglich, wenn man alle Solarpaneele und alle Windräder installiert, die so möglich sind, dann stellt man fest, Ökoenergie wird knapp und teuer bleiben. Sie wird nicht reichen, damit jeder mit einem privaten E-Auto rumfährt. Sondern die Gesunden müssen alle Bus fahren. Das heißt, das E-Auto simuliert eine Lösung, die gar nicht da ist. Also das ist aus meiner Sicht die totale Sackgasse. Weil eben der Strom gar nicht da sein wird. Das muss ja Ökostrom sein. Und das reicht ja nicht, Ökostrom zu tanken. Auch das ganze Auto muss mit Ökostrom gebaut werden. Und so weiter und so fort. Und das wird nichts. Wenn ich Menschen wie zum Beispiel Hans-Josef Fell oder andere, die sich viel mit erneuerbaren Energien in den letzten Jahren, Jahrzehnten beschäftigt habe, höre, dann erzählen die sehr häufig, dass das eigentlich gar nicht so viel Energie ist, die man neu an Erneuerbaren schaffen müsste, um vieles zu ermöglichen von dem, was heute auf fossiler Basis nicht nachhaltig produziert wird. Nee, das stimmt nicht. Ich weiß, dass die das machen. Aber alle Studien, die ich gelesen habe, alle, ob das Agora-Energiewende war, ob das Fraunhofer-Institut war, Wuppertal-Institut war oder sonst wer, alle diese Studien, die sich mit den wirtschaftlichen Folgen einer Energiewende befassen, funktionieren so. Vorne steht im Vorwort, ja, grünes Wachstum ist möglich. Dann kommt eine lange Liste von technischen Möglichkeiten und irgendwelchen Suffizienzmodellen. Und dann steht hinten ein Satz, der zentral ist. Da steht immer, manchmal auch erst immer ein Hang, wir haben die ökonomischen Folgen unserer Vorschläge nicht modelliert. Das heißt, es wird vorne ein Wachstum versprochen, das hinten gar nicht eingelöst wird. Und ich habe mal einen gefragt, einen dieser Institutsleitern, wie das eigentlich sein kann. Und der hat zu mir gesagt, das ist einfach. Die Klimaforschung ist Drittmittelforschung. Und wir sollen rausfinden, dass es grünes Wachstum gibt. Die einzige Möglichkeit, rauszufinden, dass es grünes Wachstum gibt, ist, es gar nicht erst zu modellieren. Weil nämlich völlig klar ist, in dem Moment, wo man modelliert, dass es auf grünes Schrumpfen rausläuft. Denn man muss ja die Systemkosten betrachten, nicht nur Einzelsachen wie Wärmepumpe und Elektroauto. Denn das ist ja ein Fehler, so zu tun, als würde die gesamte Volkswirtschaft nur aus Heizungen und aus Autos bestehen. Sondern da gibt es eben die Chemieindustrie, da gibt es das ungelöste Problem von grünem Diesel und grünem Kerosin und so weiter. Und wenn man alles auf grüne Energie umstellen will, und das müssen wir, wir müssen auf Netto Null kommen, dann sind die Systemkosten extrem hoch. Nicht nur, dass es sehr schwer ist, die Rohstoffe, also Öl ist ja auch ein Rohstoff, grün umzustellen, dann gibt es ja auch noch das Speicherproblem. Da kommen wir vielleicht noch zu, grüner Wasserstoff ist ja auch extrem energieintensiv. Ja, und dann ist das nicht mehr billig, sondern teuer. Und in dem Moment, das, ich, manchmal glaube ich, verstehen Leute nicht, warum das eine Nachricht ist, dass teure Energie das Ende unseres jetzigen Systems bedeutet. Aber Kapitalismus oder unsere Wirtschaft ist ja nichts anderes, als dass wir Maschinen einsetzen, um Dinge herzustellen. Und diese ganzen Maschinen laufen nur mit Energie. Ohne Energie ist das alles totes Kapital. Wenn diese Energie teuer wird, dann ist das System am Ende. Also, dass die Transformation kosten wird, dass es auch teuer wird, das höre ich eigentlich von allen schon. Ja, genau, aber das ist das Gegenteil von grünem Wachstum. Dann wird die Konsequenz nicht gesehen. Das finde ich ja so irre. Es wird eine Investition gesehen. Aber ich ziehe es mal von der anderen Seite auf. Also, ich meine, Mobilität wird es ja, den Bedarf an Mobilität wird es ja trotzdem geben. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, also vielleicht nicht mehr so viel individuelle Mobilität, wie wir heute haben mit dem Auto. Dann wird es die Frage zum Beispiel von Zügen, von Bussen, elektrischen und so weiter sein. Das ist doch dann aber trotzdem auch ein massives grünes Wachstum, das da erzeugt werden muss. Nee, die Vorstellung ist völlig falsch, dass jeder ständig mit dem Bus rumfahren kann. Die wird natürlich auch gerne erzählt, wenn man wirklich von hinten denkt. Sollen die Leute einfach zu Hause bleiben? Es wird drauf auslaufen, ja. Nein, es ist nicht so schlimm. Aber man muss von hinten denken. Man muss sich irgendwann mal überlegen, okay, 2045 wollen wir klimaneutral sein. Müssen wir auch. Weil ja die Welt sich noch viel schneller erhitzt, als in allen Berechnungen jemals angenommen. Das muss den Leuten irgendwann mal klar werden, dass jede Messung in der Realität ist schlimmer als das Worst-Case-Szenario des Weltklimarads. Wir sind direkt auf sozusagen dem Desasterkurs. Und jetzt muss man von hinten denken, okay, wie viel Ökoenergie haben wir? Und dann wird man feststellen, das reicht nicht, dass jeder jetzt ständig in der Gegend rumturnt, sondern man wird sich da beschränken müssen. Also die Grenzen stärker aufzeigen, ist letztendlich das, was Sie sich auch wünschen würden. Ja, wenn man, ich meine, das ist völlig klar, dass die Wähler alle wollen, dass es grünes Wachstum gibt. Nur, das wäre ja magisches Denken, zu glauben, weil wir grünes Wachstum wollen, kommt das auch. Nein. Gut, wir schauen mal, was uns noch die Stichworte bieten. Und ich ziehe ein neues. Und da sind wir auch, das ist dann gleich sozusagen das Thema, das Sie eben schon angestrichen hatten, das Thema grüner Wasserstoff. Grüner Wasserstoff als auch ein weiteres von diesen Themen, die sozusagen als Wachstumsimpuls wahrgenommen werden. Wie sehen Sie denn, um jetzt vielleicht an der Stelle einmal noch mal auf die Grünen einzugehen, die Art, wie die grüne Politik mit dem Thema umgeht? Denn nur das schon mal vorweggenommen, es ist ja nicht so, dass die Grünen diejenigen sind, die jetzt den grünen Wasserstoff überall total als Allheilsbringer markieren, sagen wir es mal so. Nee, also ich finde das super, wie die Grünen das machen. Also ich bin auch großer Fan von Robert Habeck, was er als Wirtschaftsminister dann doch durchgesetzt hat. Und eine Sache, die ja sehr gut klappt, ist letztlich der Versuch, grünen Wasserstoff zu installieren. Aber das halt ist, und da gibt es ja auch eine nationale Wasserstoffstrategie und so weiter, und es gibt Subventionsprojekte und so weiter. Und das Interessante ist aber genau in dem Moment, wo man anfängt, Wasserstoff zu installieren, wird eben für jeden sichtbar, was theoretisch sowieso eigentlich klar war. Nämlich, dass das richtig teuer ist. Denn die Idee ist ja, eigentlich klingt das erst mal plausibel, dass man den grünen Wasserstoff dann herstellt, wenn man überschüssigen Wind hat oder überschüssige Sonne. Aber eigentlich geht es vor allen Dingen in Deutschland natürlich um überschüssigen Wind, vor allen Dingen in Schleswig-Holstein. Was aber dann niemand bedacht hatte, was aber ökonomisch völlig klar ist, ist, dass wenn man einen teuren Elektrolyseur hat, der immer nur dann läuft, wenn es überschüssigen Wind gibt, dann steht der ja meistens still. Im Kapitalismus ist das die Katastrophe. Eine Maschine ist dazu da, rund um die Uhr zu laufen, nicht rund um die Uhr still zu stehen. Das heißt, die Fixkosten sind enorm. Und da kann man einfach sehen, grüner Wasserstoff wird sehr teuer sein. Das Problem ist aber, dafür gibt es keine Alternative. Man braucht den grünen Wasserstoff als Speichermedium und man braucht ihn als Basis für all diese grünen Rohstoffe, die man haben muss, wenn man jetzt kein Öl mehr benutzt. Der ist alternativlos, aber er wird sehr teuer sein. Und das ist etwas, was man jetzt eigentlich durch die Maßnahmen der Grünen sieht und was ich eigentlich für einen sehr heilsamen Effekt für die Gesamtgesellschaft sehe, dass in dem Moment, wo man mal anfängt umzusetzen, sieht, wie teuer das wird. Claudia Kempfert hat mal gesagt, der Champagner der Energiewende ist also das, was man sich sozusagen ganz selten gönnen sollte. Ja, aber das Problem ist, jetzt um auch mal auf Frau Kempfer zu kommen, dann stellen alle fest, okay, der grüne Wasserstoff wird teuer. Und was dann fehlt, ist sich zu überlegen, ja, was heißt denn das ökonomisch? Wenn man das nämlich dann weiterdenkt, der ist teuer, man braucht ihn aber überall. Was heißt denn das für unser Wirtschaftssystem? Dann heißt das eben in aller Härte, es gibt kein grünes Wachstum, es gibt keine grünen Renditen, das läuft hier auf Schrumpfen raus. Und der Kapitalismus ist aber ein System, das Wachstum braucht, um stabil zu sein. Grüne Schrumpfen ist da nicht vorgesehen. Und das ist das, was mich so stört, dass niemand zu Ende denkt, was das eigentlich heißt, was man direkt vor seinen Augen sieht. Denken wir das mal zu Ende sozusagen als Botschaft an die Grünen. Ich formiere das mal so. Ja, die Frage, genau. Ich habe aber auch die gleiche Botschaft an die CDU. Ich verstehe das schon. Aber ich finde ja das Gespräch vor allen Dingen deswegen sehr spannend, weil wir uns die Frage dann mal stellen müssen, die Sie ja auch anerkennen, wie soll man denn den Menschen an der einen oder anderen Stelle, sage ich mal so, auch vermitteln, dass es da weniger geben wird als vorher? Und glauben Sie, also was glauben Sie wären Wege, das zu vermitteln? Haben Sie da Erfahrungen gesammelt? Also ich würde sagen, das können Politiker und auch Parteien gar nicht machen. Das ist das Problem. Eine Demokratie, und das ist ja jetzt keine Kritik, sondern so funktioniert sie. Eine Demokratie funktioniert ja so, dass die Parteien letztlich umsetzen, was die Bürger wirklich, wirklich, wirklich wichtig finden. Nebenher wird noch eine Menge anderes durch umgesetzt, aber letztlich muss man sich in zentralen Fragen an dem orientieren, was die Wähler wollen. Und die Wähler wollen in der Mehrheit grünes Wachstum. Das wollen auch die Grünen Wähler. Wenn man Grünen Wählern als Zicht erzählen würde, wisst ihr was, das läuft hier auf Verzicht raus und wir fordern jetzt hier Verzicht, dann wären auch nur noch wenig bei der Stange. Ein paar, aber nicht mehr viele. Das heißt, Politiker sind da gebunden. Was aus meiner Sicht heißt, man muss gar nicht mit den Parteien reden, sondern mit den Wählern selbst. Die muss man überzeugen. So, und eigentlich war ich skeptisch, ja, dass ich mit meiner Theorie, dass der Kapitalismus an sein Ende kommen muss und dass es hier um Verzicht geht, dass ich da weit kommen würde. Eigentlich dachte ich auch, dass mein Buch gar nicht erscheint, sondern dass ich da Self-Publishing in Norderstedt mache, so Printing on Demand. Es war aber ganz das Gegenteil. Das Buch stand ja ein Jahr auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, dass ich von Automanagern, Immobilienentwicklern, Steuerberatern, KI-Experten, Ingenieuren usw. eingeladen werde. Das heißt, quer durch die gesamte Gesellschaft. Und das zeigt mir, dass so unter der Oberfläche ganz viele Leute ganz klar haben, dass sie jetzt mal langsam Plan B brauchen und dass die Idee wieder, das wird irgendwas mit dem grünen Wachstum und irgendwie werden wir klimaneutral 2045. Keiner kann sagen, wie das klappen soll, aber es wird irgendwie, dass das gar nicht mehr funktioniert. Und vielleicht noch einen letzten Satz. Also besonders groß ist eigentlich der Druck tatsächlich in der Wirtschaft. Denn jede Investition läuft ja 30, 40 Jahre. Und allen ist klar, dass aber in 30 Jahren sich das Klima völlig verändert hat und dass auch die Klimakrise als Thema jedes Jahr präsenter wird. Das heißt, die wollen jetzt eigentlich irgendwie so eine Art sicheren Investitionskorridor. Und der kommt aber von nirgends woher. Und da ist richtig große Unruhe. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass viele Teile in der Welt, viele Volkswirtschaften eigentlich das Gefühl haben, sie müssen aufholen. Oder überhaupt die Menschen auch haben das Gefühl, na ja, grundsätzlich erst mal so, dass meine Kinder besser gehen als mir usw. Also diese Grunderwartung, dann doch Wachstum zu erleben, die ist ja eng verankert. Also sehen Sie irgendein positives Alternativangebot, das man da machen kann? Gibt es so etwas wie das qualitative Wachstum im Schrumpfen? Also jetzt ist hier gleich. Es gibt kein qualitatives Wachstum. Das ist ein falscher Begriff. Es gibt mehr Qualität, aber das ist nicht das Gleiche wie Wachstum. Wachstum im Kapitalismus ist quantitatives Wachstum. Da geht es letztlich um Mengen. Also ja. Jetzt aber noch mal zum globalen Süden. Das ist ja wichtig. Das ist ja eine andere Frage. Das CO2 entsteht in den reichen Industrieländern und in den großen Schwellenländern. Also G20 ist schon für 81% aller Emissionen zuständig. Die Leute in Südafrika, also meinetwegen in Malawi, die emittieren überhaupt gar kein CO2. Wenn ganz Afrika keine Einwohner mehr hätte, hätten wir das gleiche Klimaproblem wie bisher. Weil ganz Afrika überhaupt nur 4% der Treibhausgase emittiert. Das heißt nichts anderes in aller Härte. Die reichen Industrieländer müssen verzichten. Es geht um uns. Wir sind diejenigen, die den Schaden anrichten. Und wir brauchen ein bisschen eine Lösung präsentieren. Vielen Dank für das Stichwort auf jeden Fall. Wir sind vom grünen Wasserstoff gekommen. Jetzt schauen wir mal, was uns noch für einen Begriff hier reinschneit. Das ist dann noch mal was anderes, nämlich das Thema grünes Regieren. Und das finde ich noch mal wirklich spannend, vielleicht von Ihnen zu hören, wenn Sie auf grünes Regieren schauen. Die Grünen haben ja nun im Bund und auch in den Ländern viel schon regiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Was ist denn da Ihr Take-away sozusagen? Was hat gut funktioniert, was vielleicht weniger? Oder was würden Sie sagen, ist vielleicht für grünes Regieren aktuell am wichtigsten? Also ich kann da jetzt eigentlich nicht meckern, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also im Rahmen des Möglichen haben die Grünen schon, also man muss es anders sagen, also in ihren eigenen Kernbereichen, sprich Umwelt, haben die Grünen schon viel gemacht und viel erreicht. Auch das EEG war ja ein weltweiter Exporterfolg. Das haben dann sehr viele Staaten übernommen, dass man versucht, Solarpanele und Windräder zu subventionieren. Und man muss schon sagen, dass das deutsche EEG dann weltweit diese Solarindustrie auch ermöglicht hat. Ja. Also in der Umweltpolitik sind Grüne sehr gut. Was immer der, was Manko war, und das hatten wir ja vorhin schon, ist die soziale Komponente. Also beim EEG, nicht, war es dann so, die Armen haben da die reichen Willenbesitzer mit ihren Solarpanelen subventioniert. Man muss aber sagen, dass diese Blindheit für soziale Belange noch ganz andere Schienen hervorgerufen hat. Also man muss einfach, also aus meiner Sicht in aller Härte, ja, habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, mache ich jetzt mal Werbung für, Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen, war die schlimmste Regierung, die wir je hatten, ausgerechnet Rot-Grün von 1998 bis 2005. Weil da drei Dinge passiert sind, die nicht hätten passieren dürfen. Das erste war die Steuersenkung für die Reichen. Man hat die Einkommenssteuer im Spitzensteuersatz von 53 auf 42 Prozent gesenkt. Man hat die Unternehmenssteuer gesenkt und so weiter. Das hat dann insgesamt 60 Milliarden gekostet und zwar 60 Milliarden pro Jahr. Diese 60 Milliarden fehlen bis heute. Man hat sie einfach völlig sinnlos an die Aktionäre und an die Reichen verschenkt. So und also heute nicht, wenn die 60 Milliarden da wären, könnten die Grünen wunderbaren Klimaschutz machen. So, das war ein totaler Fehler. Dann hat man dieses Geschenk an die Reichen hat man gekoppelt mit einem Bestrafungsprogramm für die Armen namens Hartz IV. Es gibt Grüne, die denken immer noch, man hätte den Armen da was Gutes getan. Das stimmt aber nicht. Es ist insgesamt an den Arbeitslosen gespart worden. So und diese Kombination, man bestraft die Armen und man beschenkt die Reichen, ist natürlich fatal. Davon hat sich letztlich das Image der Grünen auch nie wieder erholt. Und das ist aufgearbeitet worden, das muss man ja sagen. Aber trotzdem ist das ein einfach grauenvoller Fehler gewesen. Jetzt ist es aktuell natürlich so, die Grünen sind eigentlich sehr stark darum bemüht, das Thema Sozialpolitik jetzt mitzudenken. Das Thema Klimageld hatten wir eben schon, aber auch die Diskussionen, die jetzt aktuell über die Entlastung für Geringstverdienende immer wieder aufkommen, wo die Grünen immer wieder dran sind. Oder auch die Frage Kindergrundsicherung, Umgang eben mit Kindern in Armut auch, die wir haben. Wo würden Sie da sich mehr wünschen oder wo glauben Sie, dass die Grünen eigentlich noch mehr in diese Richtung liefern könnten? Also, wie gesagt, die Grünen haben ja aus diesen Fehlern gelernt, aber die waren echt total dramatisch. Was mich wundert ist, dass die Grünen nicht viel deutlicher sagen, dass der Mindestlohn stark steigen muss. Also, die Grünen konzentrieren sich auf die sogenannte Sekundärverteilung, also auf Steuern und Sozialabgaben und so. Und das ist auch wichtig, dass man versucht, da bei den Armen dann nachzusteuern. Aber wichtig ist ja auch die Primärverteilung, also sind die Löhne. Und da ist am wichtigsten, sind die Löhne im unteren Rand. Wenn man die hochkriegt, dann sind auch gar nicht so viele sozial bedürftig. Und da müsste man, glaube ich, als Grüne wirklich sagen, also 15, 16 Euro Mindestlohn, das ist jetzt hier unsere Forderung. Das muss man jetzt nicht dem BSW überlassen. Und da verstehe ich gar nicht, warum man das nicht hört, von den Grünen hier im Mindestlohn hoch. Habe ich mittlerweile schon wahrgenommen. Bei 15 Euro, die Diskussion, die wird ja geführt aktuell. Aber ist auf jeden Fall was, wo die Grünen stärker dran sein können, wenn es vor allen Dingen darum geht, dass also auch natürlich viele Fachkräfte gebraucht werden. Das ist ja auch ein Thema, das für diese ganze Situation der Transformation eine Riesenrolle spielt. Aber ich würde das wirklich als Gerechtigkeitsfrage freien, nicht über die Fachkräfte. Das ist auch für sich ein Thema, gar keine Frage. Ja, und ich verstehe das überhaupt nicht, warum die Grünen da nicht einfach Bums machen. Am Ende muss es natürlich irgendwie trotzdem erwirtschaftet werden. Die Gefahr, die ja auch in der Regierung Schröder 1 und auch 2 im Raum stand, war ja letztendlich, dass die Arbeitskräfte anderswo hingehen, dass es letztendlich in Deutschland sehr, sehr viel weniger Beschäftigungsmöglichkeiten geben würde. Es sollte die Wirtschaft angekurbelt werden. Okay, jetzt sehe ich. Sie glauben auch an das neoliberale Paradigma. Ja doch, und das ist genau das Problem. Ich verweise nur darauf, was damals sozusagen die Diskussion war. Und die ist ja auch weiter im Raum. Niemand weiß ja genau, wie die Volkswirtschaft in Deutschland ausgesehen hätte, wenn es anders gelaufen wäre. Doch, das weiß man. Die Binnennachfrage wäre sehr viel besser gewesen. Und ich finde das Gespräch jetzt wirklich interessant. Weil das nämlich jetzt zeigt, also aus meiner Sicht, ja, ich sage jetzt nur meine Sicht, Sie sind Karrierepolitiker bei den Grünen. Sie waren im Bundestag, Sie waren im Europäischen Parlament. Achso, okay, Sie waren im Europäischen Parlament. Sie sind jetzt der Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Und Sie verstehen eigentlich gar nicht, wie die deutsche Wirtschaft funktioniert, sondern übernehmen Erzählungen vom IFO-Institut. Und ich glaube, das ist ein Kernproblem der Grünen, dass man... Ich habe auch Ihr Buch gelesen, so ist es nicht. Ja, aber es ist ein Kernproblem aus meiner Sicht. Sie fragen ja nach meiner Sicht, ne? Ein Kernproblem der Grünen, dass gar nicht gesehen wird, wann man neoliberale Ideologie einfach übernimmt, ohne sie zu hinterfragen, sondern man nimmt dann neoliberale Aussagen für ein Fakt. Und das ist ganz gefährlich. Und da, glaube ich, muss die gesamte grüne Partei auch nachrüsten. Weil es in der Parteigeschichte gab es natürlich auch so ganz fatale Entwicklungen. Zum Beispiel dann in den... Erst ist man ja rausgeflogen aus dem Parlament bis auf die Grünen aus dem Osten in dieser Wahl 1990. Dann kam man wieder rein 1994. Dann hatte aber das Sagen in der Wirtschaftspolitik, hatten eben Leute, die neoliberal waren, wie Christine Scheel oder Oswald Metzger. Die haben die ganze Partei geprägt, deswegen kam dann auch sowas wie Hartz IV zustande. Oder hat man da zugestimmt? War ja Joschka Fischer, der sowas dann auch durchgeboxt hat. So, und ich glaube, dass es jetzt nicht reicht, das fällt mir jetzt auf, nur die Fehler von damals zu korrigieren, sondern man muss auch verstehen, warum sie passiert sind. Das heißt, man muss sich auch tatsächlich ökonomisch irgendwie als Partei fortbilden. Das sage ich jetzt mal so. Nachdem Sie da an... Finde ich einen guten Auftrag, nehme ich so an. Und wir schauen mal, was uns noch für ein Stichwort hier begleitet. Zwei haben wir noch. Also, das ist jetzt ein bisschen längeres Stichwort. Erfolgsbedingungen der sozial-ökologischen Transformation. Ist vielleicht das positive Narrativ zu der Diskussion, die wir geführt haben über die Frage, gibt es grünes Wachstum oder nicht? Denn die Frage ist ja trotzdem ganz unabhängig davon, wo man die Grenzen des Wachstums sieht und wo vielleicht auch Schrumpfen angenommen werden muss. Wie kann denn trotzdem diese Transformation gelingen, die ja ohne Zweifel dennoch notwendig ist? Ja gut, also, da kann ich ja jetzt eigentlich nur mein Buch referieren. Das ist natürlich weit weg von dem, was eine Partei in Deutschland umsetzen kann. Deswegen mache ich auch keine Kritik an... Sagen Sie es trotzdem. An den Parteien. Darf mir ist es jetzt da. Ja, genau. Also, wenn man jetzt wie ich davon ausgeht, dass die Ökoenergie knapp bleiben wird und teuer bleiben wird, dann muss man sich ja überlegen vom Ende her, okay, wofür wird es reichen, wofür nicht? Und dann stellt man fest, ja, es wird nicht reichen fürs Fliegen, nicht reichen fürs private Auto, es wird nicht reichen für die heutige Chemieindustrie, die muss sich halbieren, weil sie einfach so viel Energie brauchen würde, wenn sie mit Ökostrom die heutige Quantität weiter produzieren würde. So, aber Schrumpfen hat ja immer die Gefahr, das hatten wir jetzt ja eben schon. Ich habe die Uhr vergessen. Aber beim Schrumpfen ist ja immer die Gefahr, wie organisiert man das? Also, so eine Kreislaufwirtschaft, in der wir nur noch verbrauchen, was man recyceln kann und wo der Ökostrom reicht, um das Gesamtsystem zu befeuern, wäre nicht schlimm, ja? Da würde keiner hungern. Das wäre auch vielleicht ein angenehmes Leben, weil man weniger arbeiten müsste. Ich habe mal ausgerechnet, wenn wir auf 50 Prozent der Wirtschaftsleistungen verzichten würden, dann wären wir immer noch so reich wie Westdeutschland 1978. Gut, da waren Sie ja noch nicht geboren, aber die, die da waren, wissen, das war auch ein gutes Leben. Das heißt, das Ziel ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, wie kommt man aus einem Kapitalismus, der schon sehr groß ist und Wachstum braucht, um stabil zu sein, in eine ökologische Kreislaufwirtschaft, ohne dass man unterwegs so eine schwere Wirtschaftskrise mit Millionen von Arbeitslosen produziert. Und aus meiner Sicht ist die Antwort eben ausgerechnet, wir müssen uns eigentlich an der britischen Kriegswirtschaft von 1939 orientieren. Okay. Ja, jetzt ist das natürlich irgendwie ein bisschen seltsam, sich vorzustellen, dass ausgerechnet der Zweite Weltkrieg ein Vorbild für die Zukunft sein sollte. Aber wenn man sich das nochmal anguckt, was sich da abgespielt hat in England, dann sieht man die Parallelen. Die Engländer mussten auch ihre Wirtschaft schrumpfen, um genug Kriegsgerät gegen Hitler herzustellen, weil sie den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen, waren sie da nicht richtig ausgerüstet. So, und in dieser Not, dass man Kapazitäten freiräumen muss in den Fabriken, haben sie eine neue Wirtschaftsform entwickelt, so eine Art private demokratische Planwirtschaft, also kein Sozialismus, es wurde nicht zerstaatlicht. Aber der Staat hat eben vorgegeben, was noch produziert wird. Und die Sachen, die dann entstanden, wurden gerecht verteilt. Also Arm und Reich haben das Gleiche bekommen, sprich, es wurde rationiert. Und das war in England unheimlich populär, weil das nämlich auch heute gelten würde, es wäre genau das Gleiche wieder. Nur wenn man rationiert, kann man sicher sein, dass die Reichen sich an dem gesamtgesellschaftlichen Projekt beteiligen. Also wenn man sagt, ach nee, das ist ja so viel Staat und wo ist die Freiheit und wir machen das über Märkte und Preise, dann ist ja klar, was passiert. In dem Moment, wo es knapp ist, steigen die Preise und dann kriegen die Reichen alles und der Rest hat nichts. So, deswegen war die Rationierung in Großbritannien sehr populär. Und ich glaube, das wird auch unsere Zukunft sein. Also so eine Mischung aus staatlicher Planung und Rationierung. Und zwar, das ist aus meiner Sicht wichtig, in jedem Fall. Also die Idee, ja, und jetzt ist es doch eigentlich schön und wir machen weiter wie bisher, das wird nicht klappen, weil ja das Klimakaos dann so groß wird, dass man am Ende auch staatliche Steuerung plus Rationierung braucht, damit alle durchkommen. Also sozusagen, wir stehen hier am Ende einer Epoche sowieso. Und wenn man feststellt, okay, das kommt ja sowieso, staatliche Planung plus Rationierung, wäre es natürlich schlauer, rechtzeitig geordnet, friedlich auszusteigen. Und auch demokratisch? Ja, Churchill war kein Diktator. Also natürlich ist das ein Unterschied, ob ich das in einer Krisensituation oder in einer Kriegssituation mache oder sozusagen im Grunde genommen ein ganzes gesellschaftliches System darauf ausrichte, im Notfallmodus dann zu sein. Ja, ja, klar. Also die Leute denken immer noch, wir sind hier im Überfluss. Ja, das kommt den Leuten natürlich komisch vor, zu sagen, ja, wisst ihr was, jetzt müssen wir verzichten, wenn doch jeder ein Handy, Auto und ein schönes Haus hat. Nicht jeder, aber viele. Aber wir sind schon im Notfallmodus. Ich meine, letztes Jahr ist die Welttemperatur um 0,2 Grad gestiegen. Wenn das so weitergeht, wird es ja wahrscheinlich nicht. Aber wenn das so weiter ginge, hätten wir in fünf Jahren plus ein Grad. Wo soll denn das hinführen? Also das Interessante ist, wir sind schon in der totalen Krise. Nur die Leute nehmen das noch nicht wahr. Und irgendwann wird es, glaube ich, jeder wissen. Aber natürlich ist es dann wahrscheinlich zu spät. Was sehen Sie denn mal ganz konkret als die zentralen Punkte bei der Transformation, wo Sie sagen, da muss eigentlich am meisten oder vielleicht mehr Fokus drauf gelegt werden in der Diskussion jetzt? Also ich meine, also mein Punkt ist, man muss eigentlich das Gesamtsystem umstellen. Das muss man makroökonomisch von oben steuern. Die gesamte Gesellschaft muss sich ändern. Dazu könnte ich, ich glaube, das reichen jetzt sechs Minuten nicht. Aber es gibt einen Bereich, wo man eigentlich sehr schön testen kann, ob die Gesellschaft verstanden hat, wie wichtig Umweltschutz ist. Und das ist beim Thema Fleisch. Also Fleisch zu essen ist kein Kavaliersdelikt, sondern wir müssten alle wirklich weniger Fleisch essen. Es ist nicht so, dass die Leute Vegetarier werden müssen, denn wir können ja kein Gras verdauen. Das heißt, wir müssen über den Umweg gehen von Nutztieren, um Weiden zu nutzen. Aber natürlich ist es nicht so, dass man 52 Kilo pro Jahr essen kann, sondern man muss darunter. So, und dann würde man ja schon die Umwelt unheimlich entlasten. Man muss sich ja vorstellen, dass in Europa 65 Prozent der Getreideernte direkt in Tiermägen landet. Es wäre gesünder, die Leute hätten weniger Diabetes, weniger Herzinfarkte, weniger Krebs, weniger Entzündung. Es wäre kein schlechtes Leben, weniger Fleisch zu essen. Und es würde die Umwelt enorm entlasten. Und solange Leute noch nicht mal das kapieren, dass sie nicht so viel Fleisch essen dürfen, ist ja klar, sie kapieren überhaupt nicht, dass sie das letzte Glied in einer sehr langen Nahrungskette sind. Und dass wir gerade mit dem Klimawandel dabei sind, die gesamte Nahrungskette zu zerstören. Wie kapieren Sie es denn? Da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich meine, die Grünen haben ja mit dem Veggie-Day da so eine traumatische Erfahrung, obwohl das ja eigentlich überhaupt keine weitgehende Forderung am Ende war, einmal in der Woche sozusagen in öffentlichen Kantinen auch vegetarische Gerichte anzubieten. Das ist mittlerweile jetzt schon über zehn Jahre her. Seitdem hat die Diskussion eigentlich keinen neuen Punkt gefunden, an dem sie ansetzen kann. Haben Sie mal Momente erlebt, an denen das gut funktioniert hat, dass die Leute es kapieren, das Thema? Also, ich bin, wie gesagt, da bin ich durchaus ratlos, ja. Also, die, manchmal fragen mich die Leute auch, also, oder anders gesagt, wenn ich jetzt eine Partei gründen würde, ja, eine Partei für den grünen Verzicht oder das grüne Schrumpfen oder so, wäre ja klar, dass ich 0,001 Prozent der Stimmen kriege, nämlich gar keinen. Also, ich habe vollstes Verständnis, wenn die Grünen das Thema Fleisch jetzt nicht unglaublich aktiv angehen. Und dann fragen mich manchmal Leute, ja, wenn sie dann auch feststellen, ja, es gibt im Augenblick ja keine politischen Mehrheiten für das, was ich vorschlage, dann fragen die mich immer, ja, warum haben sie denn das Buch überhaupt geschrieben? Und dann kann ich auch verstehen, die Frage. Aber ich glaube, man muss, auch in der Politik und im gesamtgesellschaftlichen Gespräch, muss man wirklich unterscheiden zwischen, was ist politisch durchsetzbar, weil es Mehrheiten gibt, und was sagt die Analyse? Denn wenn es so ist, dass man nur denken darf, wofür es Mehrheiten gibt, muss man ja gar nicht denken, denn es wird schon gedacht, nämlich von der Mehrheit. Das heißt, und ich wollte jetzt eigentlich nur eine Analyse machen, was klappt, was klappt nicht. Absolut. Dafür ist der Raum hier auch da. Herzlichen Dank dafür. Wir haben noch ein Stichwort, das wir ziehen und wo wir noch mal reinschauen wollen. Und das ist das Thema CO2-Preise. Und das finde ich auch nochmal spannend vielleicht in dem Zusammenhang. Denn wenn man die Leute nicht überzeugt, sozusagen, dass Fleischverzicht zum Beispiel gesund ist, dass wir damit sehr, sehr viele Probleme lösen, dann überzeugt man sie möglicherweise mit dem Preis. Gleichzeitig waren wir auch schon bei dem Thema, ist die Frage, was bedeutet das dann eigentlich mit Blick eben auf den Verzicht für viele Menschen da draußen, weil die Dinge teurer werden, wenn der CO2-Preis so durchschlägt, wie er zum Beispiel jetzt beim Emissionshandel absehbar ist, dass also hohe Preise letztendlich fossile Kraftstoffe oder CO2-Ausstoß letztendlich so teuer wird, dass man es nicht mehr leisten kann. Ja, aus meiner Sicht ist der CO2-Preis eine völlige Fehlentwicklung und wird auch nie funktionieren. Weil der CO2-Preis, achso, der CO2-Preis geht implizit davon aus, dass es grünes Wachstum gibt, dass technische Lösungen möglich sind. Also die Idee ist, wenn der CO2-Preis steigt, dann lohnt es sich immer mehr, auf grüne Energie umzusteigen. Und diese Energie, und das ist dann der wesentliche Punkt, diese grüne Energie wird es auch geben, weil in dem Moment, wo der Preis steigt, wird sich die Technik lohnen und fertig. Und was bei diesem ganzen Ansatz völlig aus dem Blick gerät ist, sind technische und physikalische Grenzen. Also die Ökonomen mit ihrem CO2-Preis tun so, als wären sie Gott. Ja, das meine ich total ernst. Gott hat die Welt in sieben Tagen erschaffen und der Ökonom stellt sich vor, ich muss nur einen CO2-Preis machen. Und schon dreht sich die ganze Welt in Richtung meinen CO2-Preis. Und das ist aber nicht so, sondern Ökoenergie wird eben extrem teuer bleiben in vielen Bereichen. Das heißt, die Unternehmen stellen dann fest, CO2, also fossile Energie wird immer teurer, weil es ja diesen CO2-Preis gibt. Grüne Energie steht aber nicht zur Verfügung. Jedenfalls nicht billiger. Und dann klappen sie eben zusammen. Also sie können nicht mehr billig produzieren und die Konsumenten können sich das nicht mehr billig kaufen. Und dann hat man einen ungesteuerten ökonomischen Zusammenbruch. Das wird natürlich nicht passieren, sondern der politische Ausweg ist, bin ich mir ganz sicher, dass der kommt, dass man den Emissionshandel aussetzt oder dass man so viele Zertifikate in den Umlauf bringt, dass es dann nicht steigt. Oder weiß der Himmel, was da passiert. Aber der CO2-Preis wird nicht steigen auf ein Niveau, wo man tatsächlich Klimaschutz macht. Weil echter Klimaschutz bedeutet eben, dass die Wirtschaft schrumpft, weil die Ökoenergie nicht reicht. So und deswegen ist der CO2-Preis sozusagen, wie soll man sagen, so eine Art Schminke auf der Leiche. Nun hat aber seitdem der Emissionshandel tatsächlich, sag ich mal, wirkt im Sinne, dass die Preise für die Zertifikate angestiegen sind, natürlich schon dazu beigetragen, dass eine ganze Reihe von Unternehmen umgestellt haben und ihr Geschäftsmodell auf Erneuerbare ausrichten. Das heißt, irgendwo tut sich ja schon was damit. Die Frage ist, ob das am Ende ausreicht. Das verstehe ich aus Ihren Ausführungen. Aber es ist nicht so, dass er da ohne Wirkung bleibt, der Emissionshandel und möglicherweise dann auch die weitere CO2-Bepreisung. Können Sie dem also gar nichts abgewinnen, dass das auch einen Einfluss natürlich auf die wirtschaftlichen Entscheidungen hat? Ja, aber ich glaube, dass man da immer relativ und absolut verwechselt. Also was die Leute einfach offenbar nicht klarkriegen ist, wir müssen auf Netto Null kommen. Es darf überhaupt gar kein CO2 mehr imitiert werden. Und dieses Ziel wird man mit dem CO2-Preis niemals erreichen. Sondern was man vielleicht erreicht, ist, dass sie dann aus der Kohle aussteigen und stattdessen Gas nehmen. Aus rein chemischen Gründen hat noch keiner irgendwas eingespart. spart man eben sehr viel CO2 ein, weil bei Kohle eben mehr CO2 entsteht als bei Gas. Das sind dann auch die großen Erfolge, die immer gefeiert werden. Man ist einfach auf Gas umgestiegen. Das ist ja nur ein Drittel vom CO2 von der Steinkohle, das ist doch schon super. Oder von der Braunkohle. Aber eigentlich hat man ja nichts gemacht. Und natürlich gibt es immer so gewisse Effizienzgewinne. Aber das reicht alles nicht. Wir müssen richtig runter. Also es reicht nicht, höre ich daraus. Aber das ist für mich noch nicht hinreichend für, es funktioniert nicht. Oder es ist ein falsches Instrument. Denn es ist ein Instrument von vielen. Welches haben Sie denn noch? Ja, ich sage ja jetzt noch nichts darüber, was da für andere Instrumente sind. Aber ich glaube, den Eindruck zu erwecken, dass die CO2-Bepreisung oder der Emissionshandel jetzt alles ist als Antwort auf die Reduktion von CO2, den sehe ich auch nicht unbedingt in der Politik, diesen Eindruck. Natürlich gibt es unter den Unternehmen und der Unternehmenslobby viele, die sagen, ja, dann wird sich das alles schon erledigen von alleine. Aber ich glaube, dass die allermeisten sehen, dass es weitere Maßnahmen braucht. Infrastrukturinvestitionen in neue Infrastruktur zum Beispiel. Oder eben auch das Einsparen von CO2 durch Regulierung. Das ist ja etwas, was durchaus auch passiert. Also Verbote. Verbote. Welche denn jetzt? Also auch Kohleverbot. Zum Beispiel, genau. Ja, aber ich meine, das will ich auch alles gar nicht kleinreden. Zuprennere Verbot. Nur, es bleibt dabei, und dann wird vielleicht auch so klar, wo die Herausforderung liegt. Wir wären klimaneutral als Gesellschaft, wenn jeder weltweit, das würde aber auch für die Deutschen gelten, nur eine Tonne CO2 pro Jahr und Kopf emittiert. Heute sind die Deutschen, je nachdem, wie man das rechnet, aber wenn man die Importe auch einrechnet, bei elf bis zwölf Tonnen. Und eins kann ich Ihnen sagen, mit einer CO2-Preisung und auch mit der Regulierung, wie es so gibt, werden wir nicht von zwölf Tonnen auf eine Tonne kommen. Das müssen wir aber erreichen. Denn ich glaube, was auch vielen Leuten nicht klar ist, ist ja, dass CO2 wie eine Müllhalde funktioniert. Jedes CO2-Molekül, das wir ausstoßen, das bleibt im System ungefähr tausend Jahre. Das verschwindet nicht wieder, das addiert sich. Und genau deswegen kann man auch nicht sagen, ja, wir haben noch einen kleinen Erfolg, jetzt machen wir nicht mehr zwölf Tonnen, sondern sagen wir mal zehn Tonnen, ja, CO2 pro Jahr und Kopf. Das würde die Katastrophe dann ja, keine Ahnung, vielleicht vor einem Jahr verzögern. Also wir müssen richtig runter. Und das ist, glaube ich, in der Tat bei den vielen Leuten noch gar nicht angekommen. Woran würden Sie denn feststellen, dass die Politik, insgesamt die Gesellschaft oder jetzt im Speziellen die Grünen ihren Vorstellungen von Radikalität in dieser Sache oder ihren Vorstellungen vom Weg her entsprechen würden? Ja, ich glaube, dass, was wir vorhin schon hatten, also wenn die Bevölkerung mehrheitlich anfangen würde, wenig Fleisch zu essen, dann wäre das das Signal an die Politik, dass es wirklich verstanden wurde. Okay. Vielen Dank, Ulrike Herrmann, für das Gespräch. Das hat großen Spaß gemacht. Und ich nehme da auch vieles von mit. Das war die nächste Folge Pick Your Battles. Vielen Dank auch an Sie und euch alle für das Zuschauen in dieser Folge und gerne wieder einschalten beim nächsten Mal. üss. Vielen Dank.